10 Edelsteinkristall-Affirmationen für mehr Geld und Wohlstand Die folgenden Affirmationen erlauben dir, dich tiefer mit der Energie von Heilsteinen zu verbinden und dein Bewusstsein für Reichtum und Fülle weiter zu stärken. Bevor du mit den Affirmationen beginnst, sollte dein Kristall oder Edelstein von Schmutz und negativer Energie gereinigt sein. Ich habe für dich 10 verschiedene Heilsteine vorbereitet. Ich bin mir sicher, einen davon hast du vielleicht schon bei dir. Noch eine kleine Info. Den Text der Affirmationen findest du auch noch einmal in der Videobeschreibung. Lass uns jetzt mit den Affirmationen beginnen. Für die erste Affirmation verwenden wir einen Zitrin. Wenn ich den leuchtenden Zitrin in meiner Hand halte, spüre ich seine warme Energie. Es fühlt sich an, als hätte ich ein Stück Sonne in meiner Hand. Ich bekräftige laut und klar, wie die strahlende Sonne ziehe ich Reichtum, Fülle und Wohlstand auf natürliche und mühelose Weise an. Jede Zelle meines Körpers vibriert mit der Energie der Fülle. Ich bin reich, nicht nur finanziell, sondern in allen Aspekten meines Lebens. Kommen wir zur zweiten Affirmation mit einem grünen Aventurin. Wenn ich den sanften, glatten, grünen Aventurin berühre, fühle ich mich mit der Fülle der Erde verbunden. Für die nächste Affirmation verwenden wir einen Pyrite. Der funkelnde Pyrite in meiner Hand erinnert mich an einen Goldschatz. Selbstbewusst und voller Glauben erkläre ich, ich bin bereit und offen, all den Reichtum und Wohlstand zu empfangen, den das Universum mir schenken will. Geld ist in meinem Leben ständig und großzügig vorhanden. Ich bin ein Fülle-Empfänger und der Fluss des Wohlstands erreicht mich aus allen Richtungen. Weiter geht es mit dem Malachit. Der grüne Malachit neben mir hat eine beruhigende, erdende Energie. Laut und deutlich spreche ich, ich erlaube mir, finanzielle Sicherheit und Stabilität zu erfahren. Mein Konto wächst und ich habe mehr als genug für alle meine Bedürfnisse und Wünsche. Ich lebe in finanzieller Fülle und meine Finanzen sind stabil und sicher. Und jetzt Tigerauge. Beim Betrachten des hypnotisierenden Tigerauge spüre ich eine tiefgreifende Verbindung zu meiner eigenen Kraft. In meinem Innersten fühle ich, ich bin es wert, erfolgreich und wohlhabend zu sein. Erfolg und Wohlstand sind meine natürlichen Zustände. Ich lebe in einer Welt der Fülle und diese Fülle ist mein Geburtsrecht. Weiter geht es mit dem kraftvollen Lapislazuli. Beim Berühren des königlichen Lapislazuli spüre ich tiefe Dankbarkeit. Ich erkenne, ich bin dankbar für die unermessliche Fülle, die bereits in meinem Leben existiert. Jeder Atemzug, den ich mache, zieht mehr Wohlstand in mein Leben. Mein Herz ist voller Dankbarkeit für all das Gute, das bereits da ist und noch mehr Gutes ist unterwegs. Jetzt nehmen wir grüne Jade. Beim Kontakt mit dem strahlenden grünen Jade fühle ich eine sanfte, aber kraftvolle Energie. Ich bekräftige laut, ich bin ein Magnet für Geld, Reichtum und Fülle. Mein Leben ist ein Meer von Überfluss und ich schwimme darin. Geld und Reichtum sind natürliche Bestandteile meines Lebens. Auch der Amethyst ist ein kraftvoller Wohlstandbringer. Beim Fühlen der mystischen Amethyst-Energie flüstere ich sanft, ich bin finanziell frei und unabhängig. Ich bin die Herrin, der Herr meines finanziellen Universums. Ich erlaube mir, finanzielle Freiheit zu erfahren und meine Finanzen mit Leichtigkeit zu kontrollieren. Jetzt kommen wir zum Moos-Achad. Moos-Achad Beim Umschließen des erdverbundenen Moos-Achads fühle ich seine erdige, stabile Energie. Ich erinnere mich daran, ich schätze das Geld, das ich habe und begrüße freudig Meer. Mein Reichtum wächst ständig und ich lebe in einem Zustand der Fülle. Zu guter Letzt verwenden wir einen Smaragd. Mit dem luxuriösen Smaragd in der Nähe fühle ich mich wie ein Monarch. Ich erkläre stolz und fest, ich bin erfolgreich, wohlhabend und mein Leben ist ein Überfluss an Reichtum. Ich lebe in finanzieller Harmonie und Frieden. Mein Reichtum ist ein Ausdruck meiner inneren Fülle. Ich hoffe, dir konnten diese Affirmationen weiterhelfen. Wenn du mehr zum Thema Heilsteine erfahren möchtest, dann abonniere doch gerne den Kanal oder schau dir gleich schon das nächste Video an. Ich freue mich. Bis bald, dein Kristallengel Ariel Der Kristallengel Vielen Dank.